Wir sitzen gerade und beruhigen uns in den ersten Sekunden und stellen uns gleichzeitig auf die Yogapraxis ein. Atmen dabei tief in den Bauch. Einatmen, Bauch vor, Ausatmen, Bauch zurück. Holen tief Luft und vollständiges Ausatmen. Arme raus, über dem Kopf zusammen ein und vorne in der Mitte aus. Hier ein dreifaches Mantra um. Ein. Aum. 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 Wir beugen uns zur Begrüßung nach vorne. Es ist gleichzeitig so eine Respekterweisung der Praktik gegenüber. Okay? Sehr gut. Wir sitzen wieder gerade und strecken mit dem Kopf maximal nach oben. Also den Kopf aus dem Oberkörper herausziehen. Und starten mit der Feueratmung, mit der Kapalabhati Kriya. Ihr müsst auch gleich verstehen, dass wir nicht nur das Atemsystem dabei reinigen und das Verdauungssystem aktivieren durch das Impulsartige Ausatmen, sondern wir massieren unser Gehirn. Unser Gehirn schwimmt in einer Flüssigkeit, die wiederum von einer Hülle umgeben ist. Und beim Ausatmen wird der Druck vergrößert praktisch auf diese Flüssigkeit und auf das Gehirn. Beim Ausatmen wiederum entspannt sich der Druck, entspannt sich die Flüssigkeit und das Gehirn sozusagen. Und so ist es ein impulsartiges massierendes Einwirken auf das Gehirn, was seine Durchblutung auch fördert, was auch dieses Wachsein danach erzeugt, nach der Praktik. Okay? Erster Durchgang. Tief ein, aus, einseitig mit den Armen hochziehen, Schultern aus dem Oberkörper herausziehen und nach links, rechts, also so ganz offen wie ein Trichter oder ein Y. Beide Arme nach oben und nach den Seiten ausstrecken. Ausatmen. Ein, hier zusammen ineinander und hochziehen und die Finger gleichzeitig durchbiegen. Ausatmen. Ein, aus, Hände hinter dem Kopf. Ein, aus, nach rechts. Ein, aus, nach links. Ein, aus, nach vorne und die Ellbogen entspannen. Hier in der entspannten Phase. Ein, aus. Ein, hoch. Aus. Jetzt mit dem linken Ellbogen zum rechten Knie in die Drehung rüber. Ein, hoch. Aus, andere Seite. Ein, hoch. Neutrale Position. Kopf wieder aufwärts. Aus, nach rechts. Ein, hoch. Aus, nach links. Ein, Mitte. Aus. Aus, nach links. Aus, nach links. Der Ellbogen schaut aufwärts. Ein, Mitte. Und zum Ausgleichen. Arme hoch. Aus, ausgeatmet. Ein. Und aus, seitlich die Arme runter. Kurz die Schultern. Zwei, drei Mal zurück. Zwei, drei Mal nach vorne. Okay. Und dort stehen wir auf für den nächsten Block. Das ist die Spirale oder Zhugonka. Aus den slagischen Kampfkünsten. Fördert aber sehr gut die Meditation. Werde ich auch nach und nach erklären. Als Vorbereitung dient uns folgende Übung. Wir sind in den Knien ganz weich, die Knie. Als ob wir praktisch in den Steigbügeln stehen. Auf einem Pferd. Aber nicht auf dem Sattel sitzen. Sondern wir stehen in den Steigbügeln. Und beginnen uns so durchzuschütteln. Als würden wir so nach vorne galoppieren. Und der Körper ist natürlich entspannt und locker. Weil wenn der Körper angespannt ist, dann wird man aus dem Sattel geworfen. Okay. Deshalb ganz locker und entspannt. Und so eine Auf- und Abwärtsbewegung. Gut. Einmal durchgeschüttelt. Die Knie bleiben wieder ganz locker. Füße parallel zueinander. Und dann beginnen wir den Körper aufzudrehen. Das Prinzip ist dabei, dass der Körper quasi wie eine Stange bildet. Die Arme sind wie Seile. Die wickeln sich um den Körper herum dann. Und die Fäuste sind wie Steinchen. Die an diesen Seilen befestigt sind. Okay. einmal nur kurz so ausprobieren. Oberkörper ist dabei locker. Oft spürt man wie die einzelnen Wirbel auf ihren rechten Platz zurückspringen. Das fühlt sich an oder hört sich an. Ein leichtes Knackern. Die Wirbel befreien sich wie man es dann auch spürt. Und wichtig ist noch zu verstehen, dass wir abwechselnd von einem Knie einen Impuls hochlassen. Dieser Impuls wandert durch den Körper. Der Körper ist in dieser Zeit entspannt. Und der Impuls wandert bis zum Kinn rüber. Und wenn das Kinn die eine Position erreicht, schicken wir einen anderen Impuls. Holen den praktisch aus der Erde. Das heißt, wir drücken uns weg. Mit dem Fuß. Dann mit dem Licken. Und schicken den Impuls rüber. Bis zum Kinn wieder. Und das Kinn dreht sich nach rechts. Okay. Ansonsten ist der ganze Körper ganz entspannt. Und ganz flexibel. Okay. Achtet jetzt auf diesen Impuls. Und links, rechts. Entschuldigung. Bzw. Wundersch. Bzwit. Bzwit. Fiph dug. Bzwit. W马 dog. 2. 1. Ja, wieder langsamer. Okay, dann teilen wir diese Übung auf in praktisch in die untere Phase, das ist wenn die Arme unten sind. Gehen dann zur mittleren Phase über, wenn die Hände hier an die Schultern gehen und dann die dritte Phase, wenn die Hände hier mit nach oben bewegt werden, das ist dann, dass wir die Rumpfmuskulatur, die seitlichen Bauchmuskeln hier auch ein bisschen ordentlicher dann dehnen und aufmachen, okay. Die Rippenbögen aufmachen und hier die Muskulatur, okay. Wir gehen runter, Mitte, oben und dann Mitte und wieder nach unten zurück, okay. Locker entspannt, Schultern und die Arme, Ausgangsposition und dann ganz langsam beginnen mit schwächeren Impulsen und dann diesen Impuls immer stärker werden lassen. Und dann auf die Mitte über, also an die Schulter jeweils, der vordere Arme und dann auch hoch über die Schulter nach oben und wieder zur Schulter und ganz normal hängen die Fäuste um den Körper herum. Und langsamer werden. Okay, gut. Ausgangsposition. Sehr schön. Der nächste Block, ich zeige Ihnen dann praktisch mit freiem Oberkörper, damit ihr die Manipulationen mit dem Bauch besser sehen könnt. Es ist die Udhyana Bancha. Udhyana ist der mittlere, die mittlere Bancha, der mittlere Energieverschluss. Also das heißt, wir ziehen hier den Bauch hoch und halten die Luft an. Also ausgeatmen, hochziehen, Luft anhalten, solange wie es geht. Das ist Stufe 1 und die machen wir gleich als erstes aus der Fischer Pose. Das heißt, die Füße bleiben parallel und locker. Schulter breit, auch wieder ausgelockert, entspannt. Hoch ein. Aus. Ausatmen. Und wieder zurück. Durchatmen. Ausatmen. Man spürt vielleicht, dass dadurch starke Hitze durch den Körper steigt. Das ist eben auch so gewollt, weil die Energie aus den unteren Energiezentren dann hochgezogen wird und in die höheren Energiezentren geschickt wird, Richtung Kopf. wo wir diese Energie auch brauchen. Okay? Nochmal. Ein. Hoch. Aus. 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 Okay, jetzt suchen wir den Beckenboden. Molabanka. Der Verschluss. und den Energieverschluss im Beckenbereich. Also ein paar Mal anspannen, entspannen. Das heißt, den Beckenboden anspannen und nach oben hochziehen. Und wir machen jetzt die Macherbank, also diese drei Schlüssel zusammen, denn mit dem mittleren haben wir schon gemacht gerade. Den unteren machen wir gleich mit und den oberen, der oberen heißt Jalandhara-Bahn. Wir schließen quasi das Kinn nach unten zum Brustbein, versperren die Aufwärtsbewegung Energie hier an der Vorderseite und sperren die Energie unten im Beckenbereich und sperren so die Abwärtsbewegung der Energie. Und wenn wir den Bauch zurückziehen, schieben wir die Energie nach hinten. Und weil sie nach unten nicht ausweichen kann und hier nach vorne, wird sie hochgeschoben über die Wirbelsäule, Richtung Kopf-Hückseite und dann zum Scheiben. Okay? Das ist hier das, der Ziel dieser Technik. Okay? Dass man möglichst viel Energie dann nach oben hoch bringt. Locker. Also wir haben sowieso unten meistens zu viel Energie, deshalb ist der Körper schwer, das Gemüt ist schwer und so weiter. Und das kann man alles abbauen und konvertieren in höher schwingende Frequenzen, in höhere Energie. Okay? Die Abfolge ist folgende. Ein-Aus, Kinn, Becken, fest angespannt, Bauch einziehen und diese Konstruktion so lange wie es geht halten. ein-Aus, Kinn, Becken, Basis, Bauch. Ein-Aus, Kinn, Becken, Bauch. Durchatmen. Mit dem Becken jetzt noch ein bisschen intensiver, auch im Bereich Steißbein anspannen, ok? Kompletter Beckenboden bis nach hinten zum Steißbein, weil dort auch so eine gewisse Kern, so eine gewisse Energiequelle sich befindet, an der Steißbeinspitze und wenn man das gut und ordentlich oder oft macht, erweckt man diese Energie. Da wird es am Steißbein auch so ganz heiß an einem bestimmten Punkt. Ausatmen. Ein. Aus. Ein. Aus. Ein. Noch ein Durchgang, auch wieder mindestens so intensiv wie jetzt beim zweiten Durchgang und ganz gut darauf achten, was in der Wirbelsäule passiert. Also ab Steißbein, Richtung die Nieren, Richtung Zwischenbereich an den Schulterblättern und so weiter, ok? Könnte sein, dass es da heiß wird, also dass diese Hitze wie so eine winzige Schlange oder wie so eine winzige Nadel hochkriegt. Darauf bitte achten. Kann sein, dass es kommt, muss nicht sein. Es ist alles Übungssache und die Sache der Feinfühligkeit des eigenen Körpers. Okay. Ein. Aus. 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 Okay. Dann kommen wir wieder zurück auf die Matte zur Ausgangsposition. Das kann man natürlich öfter üben als nur dreimal oder auch ein bisschen länger oder jeden Tag am Morgen. Das wird alles seine, sag ich mal, Ergebnisse bringen. Und zwar können sie auch bei jedem von euch oder bei jedem von uns anders sein, diese Ergebnisse, weil jeder hat eine eigene Energetik. Unterschiedlich ausgeprägte Chakren, Energiezentren. Deshalb ist auch die Wirkung auch auf den Alltag, das ist das Wichtigste, dass wir durch das Yoga auf unseren Alltag wirken, auch ein bisschen eine andere. Gut. Zum Abschluss nochmal Kapala B-Hate. Langsam ein, langsam aus. Durch den Körper sollte jetzt eine gewisse Wärme oder sogar Hitze strömen. Es ist eine angenehme Ruhe mit einer gleichzeitig aktiveren, der klareren Wahrnehmung des eigenen Ichs und der Außenwelt. Okay. Sehr schön. Dann kommen wir langsam zu Ende. Wir haben das und schließen mit einem dreifachen Mantra OM ab. Arme hoch zusammen, vorne runter. Vorbereiten. Ausatmen zuerst, dann ein. Amm. 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 Gut. Und die Verbeugung vorne. Und wieder zurück. Gut. Danke für die Aufmerksamkeit. Wenn ihr Fragen zu dem Video habt, zu den einzelnen Techniken, schreibt mich bitte gerne an. Wir werden die bei unseren Live-Einheiten über Zoom vielleicht analysieren und durchsprechen oder ich gebe euch dann persönlich irgendwie eine Antwort über WhatsApp oder E-Mail und so weiter. Dankeschön und bis zum nächsten Mal.